Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Magnus Rocker Mission. Wir haben hier nun in der letzten Episode eigentlich die Epo. Was ist denn das? Fließt ihr 1000 Kilometer auf die Kante? Die Superkräfte ist. Der letzte haben wir das Amy eigentlich geschafft, was ich vorher in den anderen Episoden nie geschafft habe. Okay wir haben noch eine gute Idee. Pullerei neben mir steht. Nein. Zahl habe ich meine Gestern. Fett mich mal. Schlappkühlungspreis. Äh. Lass mal was. Zeitfahren. Lass das Drehmoment spielen. Okay, jetzt packen wir das verdammte Ding. Ich glaube, pack ich das. Das ist ja kein Problem. Okay, wir sollten zusehen, mehr Leistung zu bekommen. Ich hab da schon ein paar Ideen, aber weißt du, es ist dein Wagen. Also gut, wir sehen uns, Mann. Das war doch klar. Das war doch klar. Das war doch klar. Oh. 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 Nein. Oh, was denn? Oh, ne Scheiße. Boah, Quatsch so geschafft ey. Boah, Quatsch so geschafft ey. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen ne Runde drehen. Rock on. Cheers. Äh, ich mache erst mal das hier. Das ist ja nicht so. Wie geht's denn da? Das ist ja nicht so. Wenn ich mal das hierherküren zu verpasst, dann können wir nur noch die Leine. Und dann kann ich nicht so. Das ist was für mich. Und dann kann ich die Leine. Das ist doch, was du? Das ist doch nicht so. Das ist doch so. Jaaa, das ist schon ein Dreipeton. Boah, Leute. Jaaa, das ist schon ein Dreipeton. Was ist denn hier anstellt? 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 Ich auch. Alles klar. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier anstellt? 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 Was ist denn hier? Was ist denn? Was ist denn hier anstellt? 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 Was ist denn anstellt? Was ist denn hier anstellt? Was ist denn anstellt? Was ist denn hier anstellt? Was ist denn anstellt? Uah, schau mal. 2.36 Schau mal. Nein, doch noch nicht! Nein! Das letzte Leitland. Oh, schau mal doch noch. Nice. Gerade so, aber... Geil. Ich dachte, unser GTR schafft alles. Wir wollen Lügen nicht. Ein zweiter Versuch lohnt sich immer, egal wie du abschneidest. Da haben wir Drift Train. Hier haben wir Plug Party. Mal was auch machen. Mal gucken, wer sich Plug Party machen darf. Kein Plug. Den wir sie immer. Mal gucken. 4 Minuten. 30, ja. Ich will wissen, dass sie noch mit der Zeit kommen. Der Trifepunkt ist ja eher nicht. Das war ein Kalt, wir haben sich auch noch mal geschickt. Das nervt mich doch noch mal nicht. Ich mag noch während des Rennens. Das sieht mir auf den Senken. Ich glaube die falsche Klausel. Was hat denn da? Was ist der denn das? Juhu, bleib ich hängen? Was ist der? drückte die Garage noch komplett rum also ah jetzt mal kap, alter do du du ja du 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 Das war's für heute. 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 Und... Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.